Visuelle Stress Diese 8 Symptome können darauf hinweisen. Juckreiz in den Augen zählt zu den häufigsten Beschwerden bei visuellem Stress. Doch es kann auch zu anderen Symptomen kommen, wenn man nicht die notwendigen Maßnahmen ergreift, um die Augen zu pflegen und zu schützen. Lange Stunden vor Bildschirm geritten, UV-Strahlen und Umweltschadstoffe haben zur Folge, dass es immer mehr Patienten mit visuellem Stress oder Astenopie gibt. Als Astenopie bezeichnet man eine Störung, die durch die Überanstrengung der Augen infolge innerer und äußerer Faktoren ausgelöst wird. Diese kann langfristig zu Augenerkrankungen führen. Wie bereits erwähnt, leiden immer mehr Menschen an visuellem Stress, der sich insbesondere durch müde Augen und ein unangenehmes Gefühl, verschommene Sicht, Schwierigkeiten beim Fokussieren und manchmal auch durch Reizungen bemerkbar macht. Rund 80% der Personen, die am Computer arbeiten, leiden mindestens einmal daran. Häufig werden dabei die Augen auch überfordert, da die Beleuchtung des Arbeitsplatzes zu wünschen übrig lässt. Viele ignorieren die Symptome und behandeln sie nicht, obwohl sie lästig sein können. Aus diesem Grund ist es von großer Wichtigkeit zu wissen, welche Symptome auftreten können. Du solltest gegebenenfalls rechtzeitig einen Facharzt konsultieren, um eine entsprechende Behandlung einleiten zu können. Erste trockene Augen visuelle Stress Trockene Augen sind sehr lästig. Wenn diese Beschwerden nicht behandelt wird, können dadurch auch Schmerzen und Probleme mit der Sehfähigkeit entstehen. Dazu kommt es meist, wenn zu wenig Tränenflüssigkeit vorhanden ist, die benötigt wird, um die Augen zu schützen und zu befeuchten. Dadurch entsteht ein lästiges Gefühl von Juckreiz, das ähnlich ist, wie wenn man etwas im Auge hat. Es handelt sich zwar um ein häufiges Symptom in verschmutzten Umgebungen, doch dazu kann es auch durch eine Überlastung der Augen und visuellen Stress kommen. Zweite Juckreiz in den Augen Juckreiz in den Augen ist eine Reaktion, die auf eine verminderte Produktion von Tränenflüssigkeit hinweist. Dabei kommt es zu einer Reizung im Augenwinkel und zu Beschwerden in den Augen, wobei diese stärker werden, wenn man die Augen zu sehr anstrengt. 3. Schwindel Schwindel durch visuellen Stress Visueller Stress wird in manchen Fällen auch mit Schwindel- und Koordinationsproblemen assoziiert, denn wenn die Augen überanstrengt werden, fehlt es an Energie und man fühlt sich müde. In diesem Fall kann es auch zu Verwirrung und starken Kopfschmerzen, Blässe und Schwäche in den Extremitäten kommen. 4. Tränen der Augen In manchen Fällen entsteht bei visuellem Stress Trockenheit, doch in anderen kommt es zu ständig tränenden Augen, da die Augen sich mehr anstrengen müssen. Dieses Symptom entsteht häufig auch durch Partikel, die in der Luft schweben und in die Augen gelangen. Es könnte jedoch ebenfalls ein Hinweis auf ein Augenleiden sein. Du solltest in diesem Fall unbedingt einen Facharzt aufsuchen, um herauszufinden, ob Stress, ein Trauma oder eine Augenkrankheit dafür verantwortlich sind. 5. Migräne Frau mit Migräne und visuellem Stress starke Kopfschmerzen Wie Migräne, können ebenfalls ein Anzeichen für visuellen Stress und müde Augen sein. Diese Reaktion entsteht durch die Anspannung und durch Durchblutungsbeschwerden, die durch zu viel Arbeit verursacht werden. In diesem Fall solltest du beobachten, ob auch andere Symptome vorhanden sind, denn es können auch verschiedene andere Ursachen dafür verantwortlich sein. 6. Die Überempfindlichkeit Auf Lichtpersonen, die sehr lange am Computer sitzen, leiden häufig an sich wiederholenden Phasen, in denen sie auf Licht ganz besonders empfindlich reagieren. Dies ist auf den visuellen Stress zurückzuführen, der durch das Bildschirmdicht entsteht. Dadurch kommt es zu Durchblutungsstörungen und auch die Befeuchtung der Augen wird dadurch beeinträchtigt. Bei einer Übersensibilität spricht man auch von Photophobie, die nicht nur durch visuellen Stress, sondern auch durch eine Hornhautverletzung ausgelöst werden kann. 7. Bindehautentzündung Frau mit Bindehautentzündung Wer lange Zeit mit Bildschirmgeräten arbeitet, läuft Gefahr, an einer Bindehautentzündung zu erkranken. Der Fachausdruck für diese Entzündung der Bindehaut lautet Konjunktivitis. Eine der zahlreichen Ursachen dafür kann eine übermäßige Belastung der Augen sein. Meist entsteht eine Bindehautentzündung jedoch durch eine bakterielle oder virale Infektion sowie durch Umweltschadstoffe. Achte verschommene Sicht zu einer verschwommenen Sicht oder der Schwierigkeit, kleine Details zu sehen, kommt es auch häufig durch visuellen Stress oder auch durch Refraktionskrankheiten oder Erblindung. Du solltest auf jeden Fall einen Augenarzt aufsuchen, um dieses Symptom untersuchen zu lassen und eine ernstere Erkrankung der Augen auszuschließen. In den meisten Fällen kommt es gleichzeitig zu Migräne, Müdigkeit und anderen Symptomen, die bereits weiter oben genannt wurden. Empfehlungen um alle visuellen Stresssymptome zu vermeiden, ist es grundlegend, immer wieder Ruhepausen einzulegen und in diesen wenn möglich Augenübungen durchzuführen. Es empfiehlt sich auch, auf eine gute Schlafqualität zu achten, denn die nächtliche Ruhe ist von größter Wichtigkeit, um die Gesundheit der Augen zu bewahren. Du solltest auch regelmäßig Augenuntersuchungen durchführen lassen. Nichts zu vergessen ist, dass mögliche Beschwerden auch auf andere Krankheiten hinweisen könnten.